Ich glaube, grundsätzlich ist San Francisco eine Stadt, oder auch das Bay Area, das ist ganz egal. Es ist sehr multi-culti und es ist Platz für jeden. Auch wenn es sehr klein ist, vielleicht macht es das auch gerade speziell und auch sehr teuer. Aber komischerweise habe ich das Gefühl immer mehr, umso länger, dass ich hier bin und umso mehr, dass ich mir die Gedanken über Österreicher in Amerika mache. Ich glaube, das ist der Ort neben New York, der die Leute am meisten anspricht. Los Angeles und New York, das ist natürlich auch immer ein sehr großes Thema für die Österreicher. Aber ich glaube, gerade hier in San Francisco, ich traue mich jetzt nicht nur für mich alleine zu sprechen, fühlen sie sich zu Hause.